Hallo Elia, da sind wir endlich wieder mal bei einer weiteren Folge Dark and Light. Es gab so einige Komplikationen hier. Scheiße, wie war das nochmal? Kein Plan, aber das sah doch schon mal ganz vernünftig aus. Das letzte Mal hatten wir uns ja verabschiedet, da hatten wir hier ein bisschen Boden gebaut. Jetzt stehen ein paar Wände. Und das war eigentlich hier auch zu... Ja, die Elia, die heult zu Recht, zu Recht ihr Lieben, weil eine Mod hat uns da so einiges zerschossen. Sogar den Community-Server hat er richtig zerschossen, den musste ich neu installieren. Hier, gut, ja hier, hier hat er irgendwie, die Stack-Mod ist runter, aber irgendwie ist der Server angegangen. Ich frage mich, wieso, weshalb, warum. Der Community-Server hat da gerödelt, den musste ich wie gesagt neu installieren. Aber jetzt läuft auch dieser. Hier sind, ich hab alle Mods jetzt rausgehauen. Das waren ja nur die zwei, einmal die Stack-Mod und einmal diese Flaschen-Mod. Die hab ich jetzt runtergehauen. Schade eigentlich, ich hab mich gefreut. Ich wollte eigentlich bis zum Garten hinbauen und da alles reinhauen und dann... Ich hab mich so gefreut. Bis zum Garten bin ich nicht gekommen mit der Stack-Mod. Naja gut, was soll es, dann werden wir weiterhin so verfahren, wie wir verfahren. Und zwar mit sehr vielen Schränken. Genau, mit sehr vielen Schränken, mit sehr vielen Kompost-Teilen, mit sehr vielen Quatsch. Ähm, das Lustige... Äh, zweimal sind wir hier rauf, um zu gucken. Und, äh, da fehlte uns die halbe Base. Das, was alles Stein ist, das war weg gewesen. Deswegen kann man so gut erkennen, da wo Stein ist, das war alles weg. Die ganze Wand war auch weg hier. Und dann war wieder zu das Ganze und dann kommt man halt nochmal rauf und dann ist das jetzt hier weg. Das war ja alles zu. Ich hab keine Ahnung, ob wir uns jetzt aufgrund dessen eine andere Stelle suchen, obwohl der Rest steht ja. Oder ob wir einfach hier... Weiß ich nicht, wie weit wir gehen, wenn das hier schon wieder alles weg ist. Ob wir bis hierhin gehen. Und nochmal probieren, ob das hier stehen bleibt, weil alles hab ich ja... Ich hab hier ja so viel... Die Betten hab ich hierhin geklatscht, die, äh, Spawnstellen hab ich hierhin gehauen. Äh, Grill? Grill und alles hab ich hier auch... Grill ist weg. Jetzt baue ich alles da drüben hin, weil hier irgendwie ja alles verschwindet, obwohl hier überhaupt gar nichts ist. Äh, was soll ich hier? Liegt's an dem hier? Ich habe keine Ahnung. Auf dem... Ja, obwohl... Auf dem Community-Server ist ja so oder so alles, da muss man eh wieder von vorne anfangen. Weil der neu gemacht werden musste, neue Installation. Aber ich muss sagen, Dark and Light ist eines dieser Spiele, die einfach nur Probleme bereiten. Egal, was man macht oder was für ein Update kommt. Warum ist das viel sau schwer? Achso, deswegen. Ähm, man hat prinzipiell immer irgendwelche Probleme. Oder man, äh, oder die Hälfte des, des Servers verschwindet oder... Ach, naja. Wir haben mit Dark and Light eigentlich schon sehr viel durchgemacht. Haha, Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen, also... Entwickler, Entwickler, macht mal was dagegen. Und ich gehe jetzt erst mal ein bisschen was sammeln. Ja, alles ist leer. Wir hatten eigentlich so einiges gehabt. Hm. Naja. Achso, ja. Hier ist es ja wieder mit linker Maustaste. Ah, und bei Arcus ist es wieder mit E. Ah, die Stack-Mod war so klasse. Naja, gut. Spielen wir das Ganze ohne Mord. Kann ich denn schon eine Axt kraften? Ja. Jetzt habe ich zwar meine Axt gedrückt. Klatsch. Wir sammeln erst mal. Pizzhacke. Kann ich denn schon eine Pizzhacke? Nein. Ich habe ein bisschen was. Äh, Kaffeebohne. Das Kaffeeböhnchen. Das ist immer noch buggy. Läuft, ob wer das Inventar knackerdick voll. Ist es aber nicht. Also wird ein neues Lang... Oh, Alter. Ich bin da rangekommen. Ist ja cool. Eine neue Kaffeebohnensorte müssen wir holen. Genau. Ich muss mein Inventar auch vollstopfen mit gutem Zeug. Oh, ist das Licht wieder hell. Oh, tut das weh. Ja. Fahr direkt rein. Wo soll ich... Vielleicht packe ich hier mal ein, zwei Schränke hin. Kann ich denn schon Schränke bauen? Ich glaube, ich habe mal Schränke gesehen bei mir. Nö, kann ich nicht. Gut. Dann bauen wir eine Kiste. Da war ich schon. Dann war ich hier hinten aber noch nicht. So. Können wir hier alles reinpacken, was wir sammeln. Holz. Oder sowas ähnliches. Das ist gut. Ich packe gerade überall... Holz rein. Wo hat sie denn den Schrank... Ich habe es gehört, dass du ihn gesetzt hast, aber... Ich habe gehört, dass du ihn noch eingesetzt hast. Wo es hell ist. Hier packe ich erstmal Holz rein. Oh, so süß. Ich kann leider nicht die großen Schränke bauen. Da müssen wir... Äh... Taisy? Oder Cudi? Was denn? Wer zuerst kommt, bekommt eine Stein-Axt. Liegt auf dem Boden. Erster! War ja klar. War ja klar. Kommt, Taisy, du bekommst auch eine. Wenn ich Holz noch drin hätte. Easy. Hier. Nimm. So, was brauchen wir denn noch? Wo ist er denn? Da ist er ja. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Zauberstab. Das brauchen wir. Ich spawne gleich einen Zauberstab. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Ich habe schon einen Zauberstab. Warum das ist die Taisy? Macht doch. Mir doch egal. Ja, pech. Wenn du schon was hast. Selbst schuld. Ich hätte ja mit dir geteilt, aber nö. Sie hätte mit mir geteilt. Ich mache noch einen Koffer. Sie macht noch einen Koffer. Mache er dies. Ich mache was anderes. Ich mache was anderes. Ich mache froh. Froh. Jetzt die Frage, wie bauen wir das Ganze? Lassen wir die Stelle da weg? Machen wir da einen Strich durch die Mitte? Könnten wir machen. Da, wo das immer weg geht? Oder geben wir den Ganzen noch eine Chance und bauen da wieder zu und hoffen, dass es stimmt. Na, wir können es ja zubauen, aber da nichts hinbauen. Also, dass wir da zwei Wände erstmal hinmachen, dass die Tiere sicher stehen. Ist das hell hier? Ich glaube, ich habe die Gamma schon runtergestellt. Ah, da bist du mal ein geilschön großes Stück einbüßen, was? Ja. Denn ab hier eigentlich, ne? Ah, ah, nicht Tee. Äh. Okay. Traurig. Da hinten wollte ich eigentlich einen schönen Garten machen. Boah, wird ein bisschen klein. So, Kaffeebünnchen ist leider. Ha. Neh wohl, Kaffeebünnchen. Du warst so schön. So schön langsam für die Tee. Oh, diese Katze. Komm mit. Ach, okay. Ich dachte, hier wäre irgendwas, aber das war nur mein komisches Geatmer. Ja, die plöpft da irgendwie durch. Liegt das Teil rum? So, da kann sie erstmal stehen bleiben. Der Bär. Gut, vielleicht haben wir. Ja, erstmal noch ein bisschen den Bären. Großer Schrank. Toll, dass er jetzt kommt. Wirklich, ganz toll. Großer Schrank, kann ich den jetzt bauen? Das fehlt mir. Ach, okay. Eisenbahnen mit Triebahnen. Yeah. Ist das widerlich. Platz da. Defektes Langhorn. Defektes Langhorn. Ausrangiert. Ja. Ist hier irgendwo noch ein Holzstück was? Nein. Ja, was tut es? Ne, du warst es nicht. Du warst es. Genau, einen brauchen wir. Ja. Ja. Jetzt hier nicht nochmal so eine Ecke reinhauen. Wie sieht denn das aus? Also machen wir das so. Und hoffen, wir drücken. Äh, ich könnte ja ein bisschen... Nein. Das hat keiner gesehen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte rein ins Inventar. Das hat keiner gesehen. Ich kann ja... Stein holen. So. Für die Öfen. Das lassen wir erstmal so. Das reiß ich denn ab. Bringt auch Ressourcen. So, gut. Okay. Dann haben wir erstmal das. Gut. Ich geh Stein holen. Ich geh... Mal gucken, ob ich... Warte mal... Ne Runde rum. Hast du das? Fast. Du warst es. Fast. Ja. Ey. War liebgesonnen. Irgendwas fehlt mir. Was schlägst du mich? Wer bist du? Wer ist wer? Oh, scheiße. Schlägt die mich einfach? Ey, wacke es dir. So ein Stress. Nein. Mein Stein. Was denn? Ich suche es und finde es. Mein Stein. Mein Stein. Meine Stein. Es sollte vielleicht ein bisschen auf... Gewicht nochmal. Und auf... Das hat wahrscheinlich keiner drinnen. Also kann ich das Ganze auch knicken. E.D.A. Warum? Ja? Warum? Äh. Was du willst mit warum? Einfach so. Ich kann es knicken, hab ich gesagt. Ich kann es knicken. Kann jemand einen großen Schrank bauen? Noch nicht, ne? Ne. Wir müssen erstmal wieder einiges hinstellen, was wir eigentlich schon hatten. Den Ofen. Kann ich, glaub ich, doch da eine Schmiede. Ach du. Wie viel Pulver haben wir das irgendwo? Nein, ich guck gerade, dass ich mir heute Pässe hinbekomme. D'Agathus. D'Agathus. Mein guter. Warum nehm ich dich? Achso, du bist auch voll. Dann nimmst du mir nochmal die restlichen Steine. In D'Agathus sind Steine drin. Und ganz schön viele Baumaterialien. Was seh' ich denn ihr? Ich bin glücklich voll. Glücklich voll. Ich will das auch noch haben. Ähm, gut. Äh, dann lass doch mal gucken. Ich kann sowas machen. Könnte ich? Will ich das? Ähm. Das hab ich noch gar nicht gemacht. Was soll das? Das will ich. Okay, wir müssen erst mal, ähm. Sachen holen, wo wir die ganzen Sachen hinpacken. Sachen holen, wo wir die ganzen Sachen hinpacken. Nice. Ja, die, ähm, Schränke holen. Ähm. Oh. Man müsste eigentlich Tiere töten gehen. Oder? Der Bär, der Bär. Nimm dir den Bär. Der Bär, gut. Der Bär hatte einiges, aber uns fehlt trotzdem. Wir haben sie ja unsere Quatsch hier. Dann fang ich einfach mal an, die, ähm, Evo's auszuräumen und fang, mach weiter Wände hoch. Genial. Das ist mir jetzt auch egal. Komm ich? Oh, ich kann mich doch noch gut bewegen. Ich komme. Du bist das nicht? Das kriegen wir schon hin. 17 Wände. Und Dänchen brauchen wir erst mal nicht. Eigentlich könnte man das ja so sehen, ähm, das, was wir alles schon gezeigt gemacht haben, ist alles für den Arsch gewesen. Also, komplett neu anfangt, neu startet so. So wie eh und je bei Dark and Light. Hm, ja, wie oft haben wir schon angefangen, ihr Lieben, wie oft zusammen. Das Ganze wieder hochgezogen, immer wieder hochziehen, 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 hochziehen. Ich hab guten, geilen Scheiß dabei. Okay, Kaffeeböhnchen, du bist lame. Ich hüte mich da hinten, irgendwas hinzustellen. Ich klatsche das alles hier hin. Ist mir egal. Das ist eine komische Hüte. What? Das ist eine komische Hüte. Das ist keine komische Hüte, die ist total toll. Ich kann ja mal an der Stelle paar Foundation hinbauen, wo die Sachen weg... Hallo, kannst du dich mal drehen? Wo unsere Hälfte des Hauses weg ist. Um einfach mal zu schauen. Hätte ich ja nicht die große Runde machen brauchen. Einfach so, weil wir es können. Aber so was wollen. Und, ähm, ihr Lieben, die Quests, die funktionieren jetzt auch auf beiden. Auf dem Community-Server und allgemein hier auch. Also können wir hier auch die Quests starten. Oh, cool. Dann können wir endlich für die Mieze-Katze den Sattel holen. Den Sattel holen. Wer baut da was hin? Ich hab's gehört. Die Tese, glaub ich. Stein fehlt. Ja, die Kisi hat ein paar... ...Dinger hingepackt. Jetzt die Frage, baut man schon eine zweite Etage? Äh, ich glaub wir brauchen zuerst... Ich trau mich da gar nichts an der Stelle was hinzustellen. Ja. Da mach ich die... Obwohl, ich hatte ja hier die... Hatte ich hier nicht die Schmieden hingestellt an der Stelle? Was, wo? Hier, die Schmieden hingestellt. Nee, das war auf der anderen Seite. Ja, da hatte ich auch schon ganz viele. So, Schmieden, die brauchen wir. Ja. Mach ich auch. Dann können wir endlich große Schränke bauen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich würde ja Wände hochziehen, aber dafür müsste ich Material. verbrauchen. Hat jemand noch Holz? Holz hab ich hier, ganz viel. Ich würde gerne einmal Hunderter hier rein. Okay. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Eule! Du bist untenrum nackig. Das sieht entweder ganz so komplett nackig rum, oder du, du, ja, lässt es. Nö, bisschen Weinfreiheit. Na gut. Muss auch mal sein. Ist ja ein Weiberhaushalt. Also, das stört ja keinen. Kann man hier noch eine Kiste, eine kleine Kiste hinstellen? Hier, an der Stelle? Erstmal? Ähm, müsste ich erstmal die Sachen holen. Das wäre super. Und wahrscheinlich brauche ich dafür... Lass mich raten. Wunderschön. Na, hab ich. Habe ich. Ich komme, aber langsam. Ist okay. Easy, geh doch mal weg. Stresst, Tisi? Eigentlich müsste ich ja hier mit Zauberstab rumrennen, weil das sieht sonst ja nicht aus. Sie fegt diese Schlappohr. Sie fegt diese Schlappohr. So, dann können wir das und das. Hier auch nochmal einmal Holz reinhauen. Wunderter. Wäre total geil. Und dann haut ihr mir noch Kisten rein. Ich glaube, ich spinne. Dankeschön. Können wir davon... Und die... Das können wir auch einmal schon mal durchbraten. Kannst du es denn anmachen? Hier im ersten... Wunderbar. Ich bin total glücklich. Äh, warum sie das auch immer gemacht hat. Aber jetzt, das fällt gar nicht auf. Warte, ein Pest steht übrigens hier, ja? Wenn jemand durchlaufen lassen möchte. Hm. Kein Problem. Haut da rein. Haut da rein. Warte mal, wie voll ist denn der Pferd? Äh, so geht's. Oh, na, das ist doch schön. Hier, Damage und Gewicht. Äh, wir wollen... Eine Aufnahmepause machen. Jep. Nee, warte mal, das... Ja, doch. Oh, ist der. Gut, gut. Nee, warte mal, dann will ich das nicht haben. Das war Fleisch. Was denn? Nichts. Schön, wie nichts ist. Wie hell das hier alles ist. Was ist denn da oben? Ein Rotz? Wir bauen hier erstmal alles provisorisch hin, oder? Ja, erstmal. Erstmal und dann kommt die Ordnung. Gut. Warte mal. Okay, warum sie gerade gesprungen ist, habe ich keine Ahnung. Drei Betten sind fertig, wenn jemand schlafen muss. Ah, da fehlt uns noch was Wichtiges. Nerven? Ja, auch. Beutel? Mhm. Beutel? Ja. Der Windbeut ist verschwunden. Ja, ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre... Dings hier gewesen. Hier, ich mache uns was, wo wir was abladen können. Total toll. Total geil. Ich ziehe es jetzt schon, ich stelle es hin und es ist voll. Mit Sicherheit. Davon hatte ich auch, glaube ich, zwei hingestellt. Das mache ich dann... Also hier hinten, gerade... Nein, hast du die Wände hochgezogen? Ja. Da wollte ich eigentlich noch ein Tor machen. Ja. So weit war ich noch nicht und da habe ich halt... Ich habe ja gesagt, ich ziehe die Wände hoch und dann meintest du... Ach so. Ja, sorry. Ja, selbst schuld. Mann ey. Hier. Guck mal. Oh, Geschenke. Wieso ist denn hier alles so... Alter, okay. Da ist die Gamma eindeutig so dunkel. Ein bisschen davon. Wie ist das gerade? Hiervon. Noch ein bisschen mehr davon. Und vielleicht auch ein bisschen davon. Wenn gebraucht. Ist drin. Und der restliche Scheiß. Hier rein. Ach, die Ordnung hier ist. Oh, Leute, sorry. Bombisch? Ich stehe auf die Ordnung hier. So. Da haben wir raus. Es wird ja immer dunkel. Besser. So. Äh, da können wir ja eigentlich das Holz reinpacken. Wo? Nein, die Workbench. Auch, ja. Und die Steine, die wir sammeln. Aber ich würde sagen, ihr Lieben, das werden wir in der nächsten Folge machen. So. Ich habe hier auch ein bisschen Haut und Dings reingebracht. Du darfst mich zu schlagen, weil ich bin Fürstin. Nee. Garantiert nicht. Ja, ihr Lieben, wir danken uns fürs Zusehen. Also gemeinsam wieder auf ein neues Tier. Gemeinsam schaffen wir das. Und dann sehen wir uns auch mal. Frösche. Endlich mal. Frösche. Frösche. Ich würde den Tag nicht von den Armen loben. Da kommt noch irgendwas. Mit Sicherheit. Dann ist wieder alles weg, ihr Lieben. Aber noch ist alles da. Also, ihr Lieben, bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao. 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 Ciao.